so wie geht es beim skorpion ach gut erzählt sich quasi von alleine das essen aus ich brauche mir vergabeltes fleisch hast du nicht ja ich habe noch viel ich habe vier bei ihm reingetan ich habe zwölf warte schmeiße ich dir hin so war das ich so sammelt es wieder aufgesammelt nein nein ich verarscht mich hier natürlich doch nicht gegeben hier warum ist das denn nicht so ok spinne an land ist ja da hinten wo ich gerade so jetzt gebe ich uns erst mal ein bisschen fleisch aber das kann das sein dass es eigentlich skorpione sind keine spinnen die sehen irgendwie so aus wie der skorpion der hier liegt was so eine abgesehen von dem schwanz so ähnlich klar aber falls ja dann sind sie garantiert böse die sind hundertprozentig böse dann kannst du ausgehen ja so ich muss erst mal mit dem betar klären so viel müll von meinen ganzen toden so level 17 gab es aber noch nichts cooles so ein paar dächer fertig stroh und fasern da vorne habe ich mir reingelegt so wie ich so krass überladen da habe ich die mitgenommen ich habe hier noch mehr skins drin so ist das fällt das fällt ja holz habe ich dabei ja ansonsten es wiegt denn so viel bei mir das finde ich hier gerade interessant es gibt für die anderen karten gibt es andere sachen zu lernen ja ist ja logisch wenn andere tiere da sind ich finde das interessant vor allem hatte ich aber ration gar nicht als filter an habe ich gerade erst gewesen gerade erst gesehen nicht schlecht eine fischreuse warte mal fange bestimmte fische in diesem korb um sie zu zähmen und zu transportieren wtf wenn wir sowas mal lernen ja wieso nicht das finde ich interessant siehst du nur weil ich den neuen filter angemacht habe mobile strickleiter aber das bestimmt auch von aberration eine tragbare leiter mit der man nach oben oder unten klettern kann wird an gebäuden oder im gelände auf taillen höhe oder tiefer platziert damit kann man sich cool und die kann man natürlich wahrscheinlich wieder mitnehmen das ist ja gemein dass man das erstmal herausfinden muss dass man da drauf drücken muss was er auf die einzelnen dinge ach so du meinst die filter ja finde ich auch krass genau so habe ich auch gerade da gestanden so habe ich tech sachen drei stück was hast du keine ahnung was du damit meinst ist egal nicht so richtig ach man kann sein charakter von überall hin mitnehmen und da die sachen lernen wahrscheinlich das kann ja kein knicklicht machen ja interessant naja hochgott hast du mich erschreckt ich hab mal so eine aktive person auf mich zugerannt ist doch gut freu dich doch nein andere männer würden sich freuen also abgesehen davon dass die vielleicht nicht unbedingt auf verpixelung stehen würden ach ich hab ganz ganz viel holz dabei ja das ist das ding naja oh der skorpion ist gezähmt nice er will 37 skorpion und dem können wir jetzt alles geben was so dann verwelkt ist und vergabelt ist cool und äh so folgen aktivieren so nochmal kann ich auch reiten wenn wir wenn man einen sattel hat ja nice so gut ich kann mich im häusern und ich brauche level up unbedingt level ups damit ich die viecher platt machen kann ja nicht nur du brauchst level ups ich habe uns mal einen kochtopf gebaut was auch immer ich jetzt damit sollen sachen kochen muss brennstoff enthalten um ein feuer zu entfachen füge verschiedene nahrungsmittel und ein rezept hinzu um gutes essen zu kochen wir brauchen rezepte ja definitiv tja das ding ist wo kriegen wir rezepte her von wilden tieren ich hatte in der ersten staffle eins gefunden stimmt das wäre auf jeden fall richtig cool so und irgendwas wollte ich noch machen kompassbehälter holzstroh hallo hallo achso ach shit und ich wollte dodos noch zu ende füttern hallo ich glaube die drehen nämlich schon durch wie ich kann es nicht etwas fehlt mir denn ich habe doch faser mitgenommen wie dir wer weiß hast du sie mir wahrscheinlich geklaut natürlich habe ich sie dir geklaut hinterrücks bin ich auf dich los gestürmt ja so eins zwei so und du ach shit einer ein dodo fehlt noch der kein essen hat hast du schon neues fleisch besorgt für die raptoren ja die haben schon intus diese komischen hien aus gebeutet weil sie auf dem boden lagen sehr gut einfach die bräute geklaut ach ja und irgendwann brauchen wir noch neue para parasaurus tja alle tot hm hier fehlt mir so ich mache die kiste hier kaputt damit wir auch mal bäume spawnen können hm also mit der hilfe kiste die ich am anfang hatte naja ich weiß welche du meinst wo ich mich jedes mal dann wieder äh ja wo ich dann erstmal denke ah eine kiste cool und dann denke ach ne stimmt da war ja gar nichts mehr drin hm blöd erdbeben erdbeben was geben hm so ich muss sagen die erdbeben sind an dem ding also an der card eigentlich das coolste ja aber wenn wir sie nicht mehr brauchen nerven die bestimmt boah level up ja so was ich cool finde sind die ganzen großen dinos aus unserer basis endlich weg sind oh oh ich kann metall sachen machen uuuuuh sehr gut das problem ist nur äh wir haben kein metall ne äh doch ein bisschen äh lagerfeuer ok also ganz weh also wir haben nicht viel aber wir haben ein bisschen einen schmelzofen habe ich schon mal gemacht ok ja siehst du immer hin da müssen wir halt die kleinen steine ausbeuten bis wir irgendwo mal eine richtige mine finden hm naja klar tja so ist das so wo wollen wir die tür haben mittig oder am rand oder äh für was im haus wir haben doch eine tür am haus das neue ach so keine ahnung da wo es gut aussieht ich vertraue dir ok du weißt wenn ich das mache kann das nicht so gut aussehen gucke dir unser jetziges haus an so 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 wieso brauchst du jetzt noch ein zweites haus ach so ach weil sie auf dem wasser ist ja ist in ordnung alles gut geht es dir gut ja ja absolut manchmal ein bisschen neben dir spur aber sonst geht es mir gut so spiel überhaupt kommt als nächstes ich bin ich hergekommen warum ja ja mach dich doch einfach über mich lustig das ist selber schuld nein so langsam durch das hallo scorpion in gar kein namen weil ich nicht in der nähe war was so okay auch nicht schlecht so dass dazu das war eigentlich feier oder auch nicht alles gut ich plane gerade unser haus ach du heilige ich habe nur gerade gesehen wie viel holz ich brauche für was für meine sachen ja ich kümmere mich dann jetzt erstmal um den ofen glaube ich um den schmelzofen feuerstein haben wir leder ich brauche leder aber noch leder ja ich glaube neun stück waren noch in der truhe das ist nicht so viel wie ich brauche ich brauche mehr wir sind ja schon zwei überall sachen verteilt von uns irgendwann im neuen haus werden wir dann strukturierter arbeiten ja das wäre sehr gut das würde mich sehr freuen aber gut dass wir hier so viel stein haben dann gehe ich jetzt leder holen wenn ich nicht wieder komme reche mich okay ich nehme den skorpion mit ich nehme unsere reaktoren mit alle tot nein bitte nicht das wäre so ziemlich das schlimmste glaube ich ich gehe jetzt mal rechts hoch und erkunde mal die lage rechts hoch könnten wir das echt toll ja das glaube ich also bisher der der aufstieg ist schon was safe naja dann das heißt die bäume können wir auch schon mitnehmen irgendwann packe ich überall t-rex dann pass ich auf aggressiv und dann sollen sie alles töten ich glaube das wäre das beste ich meine hier ist gar nichts hier sind nicht mehr friedliche tiere okay hast du die ganzen bäume hier vorne schon abgehackt links von unserem haus ja ja das war meine wenigkeit ach ja hat sie sich gefreut dass sie endlich bäume hat ich baue hier auch unser haus ja ich ja theoretisch auch weil irgendwie muss ich ja endlich level kriegen oh gott ich hab hunger ich hab durst jetzt erst mal ein paar samen zusammen die sagen kannst du auch essen ok bringen die überhaupt was weil sie nicht aber ich esse hauptsache nur die bären samen und nicht die guten ich habe alles gegessen was ich hatte das war mir so klar hier ist echt nichts kein tierchen was haben die die 24 stunden gemacht als wir weg waren die haben sich wahrscheinlich alle gegenseitig geprügelt und jetzt sind sie weg oder die wurden alle von ihnen gefressen und die haben sich dann wieder verteilt und haben sich gedacht zu hier vielleicht sind sie deswegen so langsam ja das würde sinn ergeben ok da sehe ich schon mal eine maulwurfsratte immerhin du dich will ich haben ach ja ziel ja wir können jetzt richtig zielen stimmt ach ja stimmt du hast eingestellt ne mhm yay so ja ich habe einen giftigen pilz gegessen das liegt auch nicht auf dem boden hui nein hier hast du noch mein glück gehabt so hm hm hier beginnt das blühende leben hm jo ich check die lage ne mach das so das ist ja cool hier hätten wir bauen müssen geht einfach so in ne wand ein bisschen was rein und gibt nur ein eingang holy shit ich bin weg ich bin weg hau rein ok mit anderen worten da hätten wir doch nicht bauen sollen hm so ich bin sie weg scheiße komm schon bald ich schnell ja level 2 ja ich wollte ihn gerade töten den anderen habe ich äh habe ich einen bowler an die beine gehangen gehangen ja und bin weggelaufen und der andere ist mir noch hinterher die waren zu zweit ach man alles wird gut aber der ist level 2 der wird bestimmt einfach zu tame sein das könnte gut möglich sein das könnte gut möglich sein ständig fallen die dinos vom himmel ja oh na warum du hast dich doch beschwert dass es keine gibt ein kano ist hier runter gefallen yeah ah ja toll und jetzt hat er dir den weg nach hause abgeschnitten oder was nein nein ähm solange der da hinten bleibt und auf dieses dieses panzerviech drauf haut ist alles gut ok ja na dann der würde spaß dran haben aber noch einer den wir loswerden müssen ne tja das hört nicht auf tja das hört nicht auf so jetzt muss ich nur meine leiche organisieren alles vorbereiten das viech wenn er immer noch alleine ist obwohl das ja rudeltiere sind der kano nein die hühne die hühne achso und dann machst du den ja dann kann man ihn ja fast schon zähmen ey das wärs doch eine gezähmte Hygiene ok er ist immer noch alleine aber ich weiß ab wann bemerkt er mich ja hm 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 schleichen pscht ich bin ganz leise ja ja schleiche ich mich zurück jetzt schleiche ich mich zurück oh sieh mich nicht er kommt doch er kommt direkt auf mich zu er kommt direkt auf mich zu ok er hat mich scheiße hm hm lauf oh gott er hat mir einen klaps gegeben ich führe ihn zum kano dann sollen die sich prügeln bei der level 2 wäre schon geil ne ja natürlich wäre der geil wenn wir den erstmal leveln was denkst du wie cool das denn für uns wäre die ganze zeit erst mal auf den stein flüchten au ok er kommt auf den stein rauf so was brauche ich jetzt für den sack ich brauche meine bowler Stroh ach kacke ich bin auf einem stein und brauche Stroh ok das äh wieder wunderbar er läuft weg